Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. 400 Tage das DLC und wir machen weiter mit diesem Hippie hier. Ja, Wins haben wir durch und jetzt geht's hier weiter. Mal schauen, ob ich da ein bisschen mehr labern kann als beim letzten Mal. Mal schauen, los geht's. Wyatt, Tag 41. Ja, die nehme ich gerne. So, das ist echt actiongeladen, dieses DLC hier. Dann schießen wir mal drauf. Aber vielleicht aufs Fenster, Junge. Komm. Ja, aber wir treffen ja die ganze Zeit, bis denn... Na klar, das Licht, es sieht nichts mehr. Weg, dieser. Ganz gute Idee, ab in den Wald, in der Dunkelheit. Kann nur gut kommen, kann nur gut kommen, Freunde. Ich bin ein bisschen ein bisschen. Ich bin ein bisschen ein bisschen. Ich bin ein bisschen smart. No lights, no... Uh, you know, sie können uns nicht sehen. Christ, ich kann die Blut in meinem Mund. Ich glaube, es ist mir nicht. Ja, ich kann nicht sehen ein bisschen aus hier. Ich glaube, das macht Sinn. Ja, ich glaube, das macht Sinn, Wyatt. Gott, ich kann nicht glauben, wir in diese Sache. Nichts auf den Weg, okay? Bitte? Das road ist wirklich straight. Wir werden gut. Oh man, oh man. Schau mal lieber auf die Straße, Junge. Danke, wir es rausholen dann mal. Wo auch immer, ich weiß ja, keine Ahnung. Eddie weiß das zu schätzen, das ist ja immer gut, wenn wir ein bisschen freund sind mit denen, die mit uns unterwegs sind. Kann nicht schaden. Es gibt ja noch Licht. Jetzt kommt gleich was auf die Straße. Schau auf die Straße, Alter. Jaja, wieder die Drogen, ist klar, immer die Drogen, ja. Okay. Ich hab's doch noch gesagt, schau auf die verdammte Straße, aber es war so klar, war so klar. Und der Typ wird wahrscheinlich schon... Ich glaube es schon. Na, ihr seid gerade im Schuss. Da kommt gleich was hinten reingeflogen. Schau, es ist gut, sehen Sie? Schau, was ist das auf dem Brucken-Side-Mirror? Ist das das Brucken-Mirror aus dem Auto? Ich kann nicht sagen von hier. Du denkst, dass das Blut auf dem Windschild ist frisch? Es ist ein Teil der Schürt, ich denke. Ja, aber viele Menschen, die Schürt haben. Keep looking. Was ist das? Way auf der Straße. Ich hab grad ein bisschen Angst, dass hier ein Jump-Scare kommt. Beim Fenster. Ähm, nochmal ins Handschuhfach schauen. Da raus und was? Nimm die Waffe mit. So als kleiner Tipp. Komm mal, Mann. Das ist stupend. Wir gehen da raus, wir schauen es aus, wir gehen und gehen. Ich geh, geh mir die Waffe. Geh nicht alleine, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das ist geil. Nein. Ich bin klar als Scheiße, Wyatt. Das ist der einzige Weg, dass es fair ist. Fair? Wie ist das fair? Du hast den Mann da hinten geschlagen. Du hast das Ding in der Runde. Niemand von dieser Scheiße ist meine Schuld. Okay, ich gehe. Das ist okay. Das macht Sinn. Okay? Geh einfach raus. Geh mal. Ich gehe, du Scheiße. Gib mir die Schraube. Nein, Mann. Nicht fair. Komm mal, Mann. Du wirst immer irgendwie gewinnen. Alter. Dann spielen wir halt. Komm. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Mann, zwei Sekunden. Es ist vorbei. Okay, zwei aus drei, oder? Klar. One, two, three, go. Stein, Stein. Was sind die Chancen davon? Okay. One, two, three, go. Ja, ist klar. Diese Jumpscare, der gleich kommt. Ich habe das Gefühl, da kommt gleich ein Jumpscare. Okay. One, two, three, go. Ja. Ich kann dich lesen, Junge. All right, all right. All right. One, two, three, go. Scissors? Who fucking picked Scissors? Looks like it's me. Der Typ ist sowas von weg. All right. Ich starte schon mal den Wagen und gehe. Nein, natürlich nicht. Alter. Nein, zurück ins Auto. Zurück ins... Nein, nein, nein. Alter, doch nicht. Nein, warte. Zurück ins Auto. Nein, aber Alter, da ist sowas von tot. Sie sehen nichts da draußen? Ich kann nicht eine verdammte Sache sehen. Hier. In case wir müssen, wir müssen hier schnell rauskommen. Fahren müssen. Das muss jetzt aber schnell gehen. Alter, nimm die Schlüssel. Such die Schlüssel. Such diese verdammten Schlüssel los. Weil das geht voll in die Hose. Okay, Taschenlampe. Ich hab doch... Nein, sicherlich nicht öffnen. Zurück. Ähm, hier hat's hier was. Licht, genau. Sehr gut. Dann schauen wir doch mal runter. Bevor das hier losgeht. Ich weiß nicht, ob wir unter Zeitdruck stehen. Was ist denn da links? Ui! Oh, komm. Die Tür zu. Der hat eine Knarre. Alter, vielleicht fahren wir. Scheiße. Hau ab, du Schweinepriester. Ja, los. Fahren. Und weg sind wir. Nein, ich hab Eddie zurückgelassen. Scheiße, aber der ist sowieso tot. Wir sind alle tot. Was hätte ich denn machen sollen? Ich kann da nicht... Fuck. Das sind... Dieses DLC ist... Ah! Da drehe ich durch. Ja, das war's dann auch mit Wyatt. Und, ähm... Ich bin gespannt, ob am Ende alles zusammenkommt. Weil diese kleinen Storys da, die sagen ja nicht viel aus irgendwie. Aber ich denke, das kommt am Schluss alles in der Tankstelle zusammen. Aber bis es soweit ist, werden wir noch die anderen drei spielen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es mit Shell weitergeht. Bis dahin, euer Rottmack. Ciao.